Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist aber auch nur geringer, dass sie nicht abhauen. Ich glaube nicht, dass sie gar nicht mehr abhauen. Ich guck mal. Wir gucken uns das mal an. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist auch geringer, dass die... Oh, verdammt, der Strom. Ich glaube, es ist auch geringer, dass die Bombentypen kommen. Die Wache holt den immer ab. Bist du sicher? Ja. Ich gucke mal. Bitte. Es kann ihren Shop von aller Arten von Angriffen schützen. Neutralisierte deine Feinde mit einer sehr schnellen Reaktion. Okay. Fünf Tage, 300. Genau. Und der hält alle auf. Cleaner. 600 für drei Tage. Der Albtraum der Diebe und nicht seine Kunden. Hm. 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 Also ich würde den hier eher nehmen, ne. Der ist natürlich ein bisschen teurer. Der Bouncer. Pff. Kaufen, aufmachen, Freunde. Kann man, also wahrscheinlich alle nur einmal, ne. Macht ja Sinn. Okay. Wir öffnen. Ich bin ja schon froh, dass wenn auch der PC brennt, dass der PC nicht immer gleich Schrott ist, ne. Das wäre ja auch furchtbar. Computer Case. Nice. Nur 1,5 war. 1,7 kostet. Das muss ja eh nicht sein. Wie der Weiße für den Tausender, würde ich sagen. Der hier für ein Tausender. Der klingt doch ganz gut Für den Tisch dahin So Guten Tag, Herr Bouncer Okay Ist leider zu heiß, aber okay Oh, yo, yo, warte, warte, warte Das war einer auf dem Lexglitzimmer Guck mal rein, sieht man Hosenstelle Aber er war noch zu, der Hosenstelle Alles gut Falls du das hörst Muss erst mal wieder los Jawollo Zen, mach das Wir riechen uns, ja, aber definitiv Was meinen Sie, wie ich sticke hier in dieser Strumpfhose Achso, Zen Falls du die Tage mal nach dem Schiff fährst Kannst du mal Bescheid sagen, ja Ich glaube, du musst dort noch Apps installieren, wie Antivirus und so Ja, ich guck gleich mal die nächste App an Also ich will, wenn denn nach und nach die Apps installieren Nicht alle auf einmal Ähm Ja Ach, die sind doof, die sollen ja meckern Guck mal, wir gucken uns mal die erste App an Oder die nächste App an Äh, äh, äh Das beste im Urspiel der Welt Jetzt herunterladen und echtes Geld verdienen Ein großartiges Programm, mit dem Sie die Computer professioneller nutzen können Oh, oh, warte, 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 warte Ja, komm, wir laden den mal runter Steam, eine Plattform, auf der Sie Spiele in bester Qualität kaufen können für Internetcafés Gibt es eine spezielle Jo, lass mal den mal durchlaufen hier Ne, der ist automatisch Da stand ja zwei verbundene PCs, zwei Wofür die Lern-CDs sind, das muss ich auch nochmal herausfinden Dann Vielleicht um da drauf die, ja, die Bitcoins zu speichern Äh, ein Stick besser Habt ihr das eigentlich mal gehört mit dem Typen da, mit seinen Bitcoins Ich Weiß nicht, wie viele Bitcoins das waren Aber auf jeden Fall waren das 20 Millionen 10, 20 Millionen Euro Die der auf einen Stick hatte Wo er nicht mehr drauf zugreifen konnte Weil er das Passwort vergessen hat Also er hat Fünf Versuche gehabt, das Passwort einzugeben Äh Und hat es viermal gemacht Genau, auf dem USB-Stick Äh, viermal hat er das gemacht Und ein Versuch hat er noch übergehabt Und er traut sich aber nicht, noch einen Versuch zu machen Weil, dann ist es weg Du hast halt keine Möglichkeit Dann noch irgendwie zu sagen Jo, hier Kannst du mir den mal knacken oder so Oh Du bist ja ein super Typ da draußen Wirklich Dafür brauchen wir denn den anderen wohl, ne? Ganz klasse Genau, der andere ist für die Dings Trotzdem wollte ich ihn einfach anmeckern Und warum der Polizist da ewig steht Aber mich nicht durchsucht Und irgendwie gibt es auch kein Trinkgeld, ne? Habe ich das Gefühl Naja Ich sag mal, der Typ mit seiner Bombe Der macht nichts kaputt Der fliegt halt eigentlich nur durch die Gegend, ne? Äh, die droppen einfach den Müll, Alter Das gibt's doch nicht So, wir müssen's genau Ich kaufe mal den Bums hier Oh, jetzt hat der Effekt Ja, egal Aber geht's schneller Wie sieht's aus, Jo? Die stinkt, Alter Wie ist das automatisch? Nichts, Botti oder Steam? Achso, ja Spotty, ähm Spotify ist ja hier, äh Eine Anwendung, mit der Sie großartige Musik hören können Lassen Sie Ihre großartigen Songs über den Lautsprecher hören Ich hab ja keinen Lautsprecher Da wollte gerade einer abhauen Und eine Plattform, auf der Sie Spiele in bester Qualität kaufen können Für Internetcafés gibt es ein spezielles Programm Also, ja So, den PC Äh Moment Jo, passt Warte, gibt's noch was zu zahlen Hier gibt's noch eine E-Mail Also, sicher Konkunden neutralisiert Sehr gut Boah Warte, wir haben einen Wandhaus-Kick gemacht hier Erstmal T-Budel, mein Lieber Grüß dich Guten Abend Er hat so einen dicken Wandhaus gemacht So, mal kurz hier gucken Da sein ich wieder Ja, WB-Flu Feierabend Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Feierabend Okay, 46 erst Hebeutel, wie ist's dir? Alter, schick Okay, ich hab jetzt Mittwoch frei Oha Einfach so? Oder hab da Also, ich denke mal Was zu tun, denke ich mal, würdet ihr da schon haben Bis Sonntag ist die Große da Genau, er hat's ja gesagt Das Kind ist da Oder Kind Ja, Kind Ähm 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 Oh Mann, ey Ey Mika, grüß dich Hallöchen Und ab Montag? Was ist ab Montag? So, achso Sonntag kommt der Kleine Er ist an der Orze Oma, Opa Okay, ist kaputt irgendwie, ne? Schlecht Das ist natürlich doof Äh, ich bin runtergefallen Äh, schon wieder Äh Bin sauer auf Eggie Warum? Sorry, dass ich so spät dran bin Ach Mika Alles gut Hat mich von Platz 1 geworfen Na, Montag hab ich frei Zwei Tage Auswärtsspiel Aha Sehr geil Ich warte kurz, bis der hier umkippt Sehr, sehr geil Oh Mann So, jetzt bin ich hier im Aufzug Schacht und, äh Krieg die Tür nicht mehr auf Na gut Neustart Ja, ich warte kurz, bis der hier umkippt Vielleicht geht's ja dann Ich werde sowieso Läuft ja sowieso ne Bis 22, 30 Wollte ich das spielen Circa Das passt ja denn so Und Kekse schon alle aufgegessen? Nee Äh, die zwei Hab ich aufgegessen schon? Ja Aber die anderen hab ich noch gar nicht berührt Und nicht eingefrisst Also schwierig, am Montag Den zu verbreiten Schaut Du hau mal hier nicht so auf die Kacke, ja? Hm, hm, hm Mein Gott Fall doch jetzt um Sonst fällt der so schnell um, ja? Sogar Essen wird vergessen Ist auch Ungewertet Nur gemobbt werde ich Werde ich Werde ich Was? Nur gemobbt Ich werde hier sein Morgen mach ich ne Fiadeffia Torte Ja, dann weiß der Bescheid, ne? Nein, Spaß Die Mika Wenn ich das grad mal kurz erzählen darf Die Mika hat mir nämlich Mittwoch 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 Ähm Zwei Tüten Kekse vor die Tür gelegt Sind die eigentlich selbst gebacken? Ja, ne? Und Zwei Kekse Vom Bäcker Also Vorher gibt er die ganze Zeit um Ja, und jetzt will er nicht What is point So, Hauptsache Kekse geht Nein, alles vom Bäcker Habe es leider nicht geschafft Selber zu packen Ach, die sind auch vom Bäcker Ah, okay Oha Egal Danke auf jeden Fall Dafür nochmal, ne? Er verliert auch so die Energie Na ja, da war ich ja in der Schule gewesen, ne? Da hatte ich hier Gespräch wegen Korsett Na, beim nächsten Mal schreibst du halt einfach Siehst du, Bewegung verloren? Ja, vorhin habe ich gestanden, aber er hat auch verloren Die Ausdauer unten rechts Die ist, also die siehst du Doch, siehst du Die bewegt sich So, wie wacht er jetzt auf? Er wacht im Fahrstuhlraum wieder auf Ausfahrt, Ausfahrt Ich will es mal einmal kurz Neu öffnen Belastung Junge, diese Übersetzungen Und Ausfahrt So, das geht Wissen wir auf jeden Fall Fürs nächste Mal dann Bescheid Funktioniert wieder Gut, ihr Lieben bei YouTube Habt vielen lieben Dank Fürs Zuschauen Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch Also, es macht schon Spaß irgendwie Aber viele Sachen sind auch nervig Ich werde halt schon nochmal reingehen Aber erwartet da nicht zu viele Folgen von Weil, äh Ja, auch keine Ahnung Mal schauen Vielleicht wird es ja auch noch besser Also, es macht schon Spaß So ist es nicht Ähm Es war jetzt auch nicht so unglaublich teuer Ich kann gerade gar nicht sagen, wie teuer es war Ja, aber es ist jetzt auch, äh Manche Sachen sind nervig Ihr Lieben, macht's gut Und lasst es euch gut gehen Bleibt gesund, YouTube Tschüssi Und lasst es euch gut gehen Und lasst es euch gut gehen